Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Die Immobilie hat einen Personenaufzug. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 33 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 690 Euro pro Monat. Kontaktieren Sie uns falls Sie Fragen haben. bis zum nächsten Mal.